Ein afghanisches Heimatlied, das wird das zweite Lied sein, und eine eigene Komposition, da können wir alle sehr darauf gespannt sein. Ich hoffe, dass wir auch diesen Abend genauso genießen, wie wir hier von den Künstlern her. Begrüßen Sie bitte ganz, ganz herzlich mit lauten, mit donnernden, mit grüßendem Applaus Afghanistan, Monanur am Schlagzeug. Ich bin leicht heute durch, ich werde es nachher noch mal erzählen. Walter Wittner an der Bassklarinette, Stefan Holstein und natürlich Farhad Zividi. Applaus für auch gar eine kleine Monanur. Danke. Applaus für auch gar eine kleine Monanur. Applaus für auch gar eine kleine Monanur. Musik Musik Applaus für auch gar eine kleine Monanur. Musik 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 Musik